Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chila und heute möchte ich dafür euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein Toy, was wir von einem Roundup bekommen. Und zwar ist das hier Kovork Kostüm und dieses erhalten wir von, ja wer hätte es gedacht, Kovork. Und der befindet sich im Arathi-Hochland in der Warfront. Und zwar auf den Koordinaten 2448 und das ist die quasi nicht instanzierte Version. Und das ist diese Oga-Höhle. Da haben wir ja schon mal noch einen anderen Rare Mob gehabt. Und zwar den Foulborg, der hier hinten war. Der droppt uns ebenfalls. Und toll, hatte ich aber auch schon mal ein Video gemacht. Den könnt ihr nur einmal pro Warfront, die euch gehört, umklatschen und Loot erhalten. Danach wird er, wie bei mir hier, quasi nicht mehr als Rare Mob angezeigt, sondern nur noch als Helitimob. Und er erhält dann quasi nicht mehr die Chance, oder er erhält dann nicht mehr die Chance, diesen einmaligen Loot zu erhalten. Erst nachdem, wie die Warfront wieder von euch erobert wurde, dann resettet das. Dauert fast sogar einen Monat dieser Zyklus, also schon relativ tricky. Ihr könnt es aber natürlich mit verschiedenen Chars farmen und immer wenn ihr die Warfront wieder einnehmt, dann quasi habt ihr eine neue Chance. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ding jetzt mal an. Und zwar sollen wir anscheinend dann so aussehen, wie der Werte Kovok. Und ja, das gucken wir jetzt mal. Ja, aber wir sind ein ziemlich kleiner Ogre. Sieht schon echt ganz cool aus. Hat eine Stunde Abklingzeit und ist 10 Minuten drauf dafür. Ja, ist das doch ein schickes Ding. Auf jeden Fall, und man trampelt auch so wie der Ogre. Ich nehme mal an, wenn ich jetzt in die Bärengestalt gehe. Nein, ich bleibe sogar in der Bärengestalt drin. Das ist nice. Jetzt muss ich mal gucken. Oh ja, gut, er macht auch die Animationen, ne? Doch, das hat was. Gefällt mir auf jeden Fall. Na, vielleicht setze ich das sogar mal ein. Da muss ich mal schauen. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Mir fehlen jetzt insgesamt hier noch vier Toys. Ich bleibe weiter dran. Schreibt mir gerne mal, wie viele Toys ihr hier schon euer eigenen könnt. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video. Euer Taylor, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.